Das ganze Leben müsste eine einzige Party sein. Doch was ist, wenn man gar nicht eingeladen ist? Noch nie eingeladen wurde? Opferalarm! Wir, deine Freunde, wir sind hier, verstehst du? Du kennst die anderen alle gar nicht. Die Likes, die Follower, das bedeutet nichts, das ist Luft. Was machen die anderen hier? Ich will, dass die Leute sich an mich erinnern. An uns erinnern. Was ist leider so, dass es jetzt zum ersten Mal in der Geschichte kein Abenteuer geben wird. Wir machen das. Du bist durchgeknallt. Warum hast du das gemacht? Wir wollen eine Party. Wir geben dir eine Party. Wenn die Party floppt, dann wird jeder, der in Zukunft einen verschissenen Namen googelt, sehen, was für kleine Versager ihr seid. Ihr seid diese Fame of Fail Kids. Ihr lasst die Abi-Party unbedingt machen. Ihr habt die größte Party des Jahres angesagt, also müsst ihr mit den Konsequenzen leben. Und was mit uns? Ich fühle mich, dass es unsere Freundschaft kaputt macht. Klar, Best Buddies. Alles, was wir haben wollen, ist, mit dieser einen Party zeigen, was wir drauf haben. Bis zum nächsten Mal.